Wir sind wieder in der Ramsau am Dachstein im WM Stadion in Ramsau. Wir haben da optimale Stimmung. Vormittag haben wir schon die Staffelläufe gehabt und momentan haben wir das Finale der 100 Meter. Es macht so viel Spaß da zuzuschauen und die sind sowieso mit Ehrgeiz dabei und wollen gewinnen und das ist einfach beeindruckend zu zuschauen. Ich glaube es geht da nicht so viel um Leistungs und einfach, dass man mit Freude dabei ist, dass man sein Bestes gibt und ganz viel Spaß hat. Und das ist irgendwie auch das Schöne, weil Sport verbindet und natürlich eben auch die Special Olympics. Schöne, wie es ist. Bis zum nächsten Mal.